So, wie weit sieht es hier aus mit den Wänden? Okay. Sarah macht noch. Ian auch. Das läuft. Hier, der Raum ist fast fertig. Sarahs Zimmer ist fast fertig. Mensch. Sieht ja fast schon gut aus sogar. Ach Mensch. Da können wir ihr vielleicht sogar noch das ein oder andere Möbelstück mit reinstellen. Was haben wir denn hier? Da liegt doch noch irgendwas drunter, oder? Lagerzone. Kleine Skulptur nochmal. Okay, wir haben schon drei Skulpturen. Wir müssten mal so einen Händler für exotische Waren treffen. Ich glaube, die können die nämlich dann kaufen. Interessant. Okay. Da kriegen wir dann ein paar hundert Silber auf jeden Fall raus, wenn wir die verwökern. So. Ja, ansonsten essenstechnisch. Es sieht im Moment ein klein wenig besser aus. Die Betonung liegt allerdings auch wirklich auf ein klein wenig. Und Vektor rennt sich hier einen ab. Der müsste das mal transportiert bekommen. Warte mal, wer kann denn hier gerade? Wer ist denn gerade frei? Wo ist denn Layla? Die gute Layla, wo steckt sie denn? Lass mal schauen. Ähm, da. Okay, Layla marschiert draußen rum. Jetzt will sie die Drecke säubern. Ne, du wirst mal die Kartoffeln tragen. Das halte ich für sinnvoller. Dass sich Vektor nicht ständig einen abbrennen muss. Genau. So, dann kannst du dort kurz säubern. Das ist auch gut. Und dann trägst du gleich nochmal die Kartoffeln. Eigentlich müssten das ja unsere Hunde machen, weil das ja doch relativ nah ist und die das theoretisch bevorzugen müssten zum Tragen. So, da willst du nochmal Drecke säubern. Das ist auch in Ordnung. Aber jetzt nochmal tragen, dass das hier mal rauskommt. Und... Jawohl. So, und dann direkt hier auch nochmal... Da. Genau. Gut. Dann müsste das passen. Und... Ach, ich glaube, unsere Hunde doch. Die müssten das tragen dürfen. Die dürfen zwar eigentlich offiziell hier nicht rein, aber zum Tragen müssten sie dort rein dürfen. Das habe ich schon gesehen. Was wollt ihr denn da drin jetzt? Okay. Ich weiß es nicht. Bin gespannt, wann die Welpen kommen. Wann Turbo soweit ist, kann man das vielleicht auch sehen. Leider gar nicht. Ne. Ich denke mal auch, dass Turbo schwanger sein wird. Die anderen waren ja noch sehr klein oder sind ja, denke ich mal, noch zu klein dafür gewesen. So, eine Gruppe der Schmieddorf besucht die Kolonie. Okay. Jawohl. Zwei Stück oder zwei Leute kommen. Das ist in Ordnung. Und... Ja, die Erdbeerernte ist auch endlich reif. Na, wunderbar. So, dann müssten die Hunde das dementsprechend auch transportieren dürfen. Genau, da sind sie dran. Huch. Hast du das nicht gerade hier abgelegt? Wo ist es denn? Oder hat er sich das sofort geschnappt in dem Moment? Das kann natürlich auch sein. So, okay. Auf jeden Fall... Ja, sie transportieren ein bisschen was. Es dauert alles seine Zeit, aber es wird. So, ich glaube, der Stoff reicht immer noch nicht aus, den wir jetzt geerntet haben, oder? Da hatten wir das Feld schon erhöht. Und das ist gar nicht mal so schwach. Also, wir hatten schon ganz ordentliche Ernte gehabt. Und trotzdem reicht es nicht. Also, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, bis wir das alles mit Stoff hier auskleiden können. Aber man sieht trotzdem, es nimmt ja langsam Gestalt an. So, da haben wir eine Sonnenfinsternis. Okay. Müssen wir das Teil hier eigentlich im Vorfeld bestücken? Nicht geladen, eben. Wenn es mal jetzt drauf ankommt, wenn es mal jetzt, ja, hart auf hart kommt. Wie bringe ich die Leute dazu, dass sie das Teil hier bestücken? Und dass die jetzt nicht ständig vom Lager hin und her rennen müssen für einen Schuss. Weil das ist meine Hauptbefürchtung, die ich gerade habe. Tja, gute Frage eigentlich. Das müsste man doch im Vorfeld schon bestücken dürfen. So, Angriff erzwingen. Hier innerhalb der Grenzen darf ich nicht. Und hier darf ich. Okay, ich darf wirklich auf dem gesamten Gebiet angreifen. Das ist was Nettes. Ich würde ja das fast mal probieren wollen, testen wollen. Allerdings natürlich auch nur da, wo es sich lohnt. Und also zum Beispiel, wenn wir irgendwo eine kleine Herde oder sowas haben, das wäre schon was Feines. Aber eine kleine Herde haben wir gerade nicht. Tja, na gut. Müssen wir uns noch gedulden. Wir werden es dann wahrscheinlich im schlimmsten Fall dann selber ausfinden. Bei einem größeren Angriff. So. Aber ich hoffe, das lässt noch ein bisschen auf sich warten. Denn wir haben da so viel zu tun eigentlich noch. Wir müssen so viel Zeit hier noch aufbringen, dass wir das mit der Ernte und alles so weiter. schaffen, dass unsere Lebensmittelvorräte wieder aufgefüllt werden. Weil das jetzt im Moment ganz gut aussieht. Ja, wir haben jetzt wieder ein bisschen was im Kühlschrank drinnen liegen. Das muss halt alles noch gekocht werden. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. So, trotzdem werden wir das hier fertigstellen natürlich. Dass wir dann dort auch eine weitere Anbootzone haben. Dass wir einfach auch nur mal sicher gehen. Weil wir können das nicht nochmal so knapp werden lassen. Das geht eigentlich nicht. So, ansonsten hier oben habt ihr das schon mal langsam abtransportiert. Immer noch nicht. Mensch, was transportiert ihr denn die ganze Zeit so viel? Ja gut, hier die Lebensmittel halt. Muss halt auch sein. Das ist schon richtig. Aber wie weit seid ihr denn mit der Tierausbildung? Lass mal schauen. Charina hat mal, glaube ich, zuerst ausgewählt. Stufe 3 von 8. Okay, das heißt, sie braucht noch ein bisschen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. So, ich überlege, ob wir noch irgendwas ganz dringendes machen müssen. Strommäßig, das müsste alles soweit passen. Hier wollten wir die Teile nochmal nach vorne verlegen. Wobei die hier grundsätzlich auch stehen bleiben werden. Ja, da haben wir aber im Moment auch nicht genug Eisen. Theoretisch dafür. Das müsste halt erstmal alles eingesammelt werden. Lass mal schauen, wie wir mal hier noch was verändern können. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden mal, der in erster Linie vielleicht auch tragen kann. Was macht Sarah denn in erster Linie? Sarah ist Bergarbeiter. Das braucht sie gerade nicht mehr machen. Dann ist sie Bauarbeiter. Und wir gehen ja mal auf Stufe 2. Nein, auf Stufe 2 das tragen. Wobei das jetzt so oder so schon in der Rhein-Fürge, glaube ich, auch gewesen wäre. Ne, vorher hatte sie noch Landwirt gemacht. Okay. Ne, sie soll lieber, bevor sie Landwirt macht. Das können wir mal erhöhen auf Stufe 4. Dann können wir das nicht mehr auf 3 lassen. Und dann müsste sie in erster Linie jetzt tragen, solange sie nichts anderes zu tun hat. Und das wäre schon mal eine Hilfe. Gut. Sie kann nicht tragen. John hat schon eins auf Tragen, macht aber in erster Linie Künstler. Und deswegen wird er das nie schaffen, dass das umgesetzt wird. Ian, das machst du in erster Linie Bauarbeiter, Mechaniker. Danach machst du Bergarbeiter. Okay. Und dann machst du Träger. Okay. Also Ian trägt jetzt auch schon mit, sozusagen. Bei Layla. Du machst in erster Linie Reiniger. Wir werden dich mal auch umstellen, dass du in erster Linie Träger machst. Und danach Reiniger. Ich glaube, das wäre in Ordnung, dass das Zeug hier alles mal rankommt. Dass wir da mal vorankommen. Genau. So, da laufen sie auch direkt los. Aber ich wusste gar nicht, dass sich hier solche Fußwege automatisch legen. Okay. Cool. Interessant. Forschung abgeschlossen. Hydrokulturen. Dann lass mal reinschauen ins Forschungsmenü. Wir werden mal die verbesserten bionischen Gliedmaßen herstellen. So. Und da werden wir angegriffen. Pause. Lass gucken. Ui. Und hier würde sich jetzt der Einsatz dieser Kanone lohnen. Na, da bin ich mal gespannt, Leute. Äh. Jetzt geht's los. Wen können wir denn da reinsetzen? Hm. Muss der gut sehen können? Muss der gut schießen können? Als ja. Also wäre ja eher dafür geeignet. So. Mach mal. Lass das alles stehen und liegen. Die anderen laufen die direkt los. Ja. Guck mal. Die laufen sogar direkt los. Äh. Warte mal. Wir wollen jetzt den Angriff erzwingen. Und zwar. Ja. Ruhig erstmal hier auf einen von denen drauf. Gucken wir mal. So. Ian. Ah ja. Ich wusste es. Du musst jetzt mir nicht erst diese scheiß Teile holen. Das dauert doch alles viel zu lange dafür. Wieso könnt ihr die nicht im Vorfeld bestücken? Hm. Sicherheitsschalter einbauen. Die im Vorfeld bestücken. Dass die nicht aus Versehen losgehen kann. Und wenn es soweit ist. Sicherheitsschalter umlegen. Und los geht's damit. Ja. Händler sind da. Und der braucht jetzt natürlich eine Zeit lang, bis er das geschafft hat. Also ich bin gespannt auf die Auswirkungen. Was das bringt. Warte mal. Wir werden. Oh. Ich sehe hier gerade ein gutes Angriffsziel. Angriffs. Äh. Bla bla. Angriff erzwingen. Hier. Der mitten in der Mitte ist. Oder der hier voranläuft. Das wäre vielleicht auch noch eine gute Idee. So. Mach hin. Wir sollten vielleicht nichtsdestotrotz die anderen hier auch schon mal aufstellen lassen. Die kommen von der Seite rein, denke ich mal. Das sieht zumindest sehr stark danach aus. Ähm. Da geht Wendy bitte dorthin. Und vielleicht noch den Johnny Boy ausgraben. Jawohl. Du stellst dich bitte da hin. Und ja. Vektor. Hat der eigentlich auch irgendeine Waffe? Kann der was? Ja und doch ein bisschen schießen kann er schon. Weil er mehr für den Nahkampf ist. Sorgfältiger Schütze. Ja. Braucht länger zum Zielen auf jeden Fall. Hm. Okay. Lass mal gucken. Vektor. Komm mal ran hier. Wo haben wir denn die schicken Waffen liegen? Da hätten wir noch eine Pistole auf jeden Fall. Komm. Die geben wir dir mal mit. Rüste das Ding mal aus. So. Ihren Sitz drin. Hat das Ding schon geschossen? Ich will es sehen. Tatsache. Hier fliegt der Schuss. Ihr seht es. Ich hoffe. Wir treffen auch. Nein. Total daneben geschossen. Leute. Was soll das denn? Jetzt rennt der natürlich für... Ist das euer Ernst? Jetzt rennt der für jeden einzelnen Schuss. Ich glaube es hackt. Hm. Nur für die Zukunft. Hm. Lager. Äh. Wo haben wir es? Ja. Machen wir erstmal alles aus hier. Kommt alles aus. So. Hergestellt. Arterriegeschoss. Jawohl. Und zwar kritisch. Jipp. Das müsste passen. Hm. Natürlich ist das das Problem, dass es draußen liegt. Wobei wir das Ding überdachen lassen können. Also dieses einzelne Feld, das müsste man überdachen lassen können. So. Ähm. Das werden wir dann auch gleich machen. Nicht, dass das dann sonst verrottet. Kein Dach erstellen. Ähm. Ne. Kein Dach erstellen. Entfernen. Genau. Da soll ein Dach sein. Jawohl. Alter. Ich glaube es hackt Leute. Ähm. So. Du. Kannst das nicht transportieren. Okay. Warte mal. Hier müssen wir das vielleicht auch noch rausnehmen. Alt. Lager auswählen. Und. Ateliergeschoss. Äh. Rausnehmen. Besser gesagt. Es kann schon drin sein. Also es muss nicht auf kritisch liegen. Warte mal. Wir werden das mal auf normal machen. So. Und dann müsste das ja theoretisch auch transportiert werden dürfen. Darfst du jetzt. Nein. Immer noch nicht. Okay. Egal wie. Du stellst dich hier mit dazu. Weil ich glaube das mit dem Ateliergeschoss. Das bringt nichts. Und ich glaube. Ähm. Ihren werden wir auch mal einfach mal dazu stellen. Das ist. Alter. Das sind aber viele. Oder lassen wir ja nochmal probieren. Ich habe Angst dass er sonst uns trifft. Wenn er sich da verschießt oder so. So. So mach hin. Und so. Jetzt bestückt er das Ding erstmal. Und dann geht es gleich ab. So. Ich hoffe er trifft diesmal. Komm. Wie lange brauchst du zum Schießen? Raus damit. Schieß los. Die sind gleich da. Der Strom ist an oder? Oder? Und unsere Hunde sind auch dort. Oje. 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 Was habt ihr denn für Waffen an einem Mann? Okay. Das sind alles nur Nahkampfwaffen. Das geht eigentlich noch. Wieso schießt du denn nicht? So und die stehen zu weit weg. Na. Ganz großes Kino. Ähm. Hallo. Angriff. Schießt du mal? Die stehen gerade hier so wunderschön auf einem Fleck. Brauchst du einfach nur abschießen das Ding. Geschoss geladen. Ah. Kann schießen in drei. Kann man noch was sehen können? Scheiße. Nein. 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 Weil ich mich jetzt aber dieses Scheiß Geschoss aufgeregt habe. Das wäre sonst normalerweise nicht passiert. Ach. Das ist ärgerlich. Scheiße. Ich überlege, ob ich nochmal neue Lade. Aber andererseits. Das gehört halt dazu. Aber mehr wäre es ja sonst aufgefallen. Und nee. Mehr wäre es sonst aufgefallen, Leute. Hätte ich mir jetzt über das Scheiß Geschoss dort nicht aufgeregt. Wäre mir das aufgefallen. Von daher sehe ich das als gerechtfertigt an. Wenn wir jetzt hier nochmal laden. Hm. Tut mir sehr leid. Aber. Normalerweise hätte ich jetzt nicht geladen. Wenn es jetzt wirklich mein Fehler gewesen wäre. Aber. Gut. Das müssen wir halt so hinnehmen. So. Und ich glaube da. Findet der Angriff jetzt trotzdem statt. Es kann nämlich sein, dass der Angriff jetzt sogar gar nicht stattfindet. Hm. Na gut. Schauen wir mal. Vielleicht findet der ja doch nochmal statt. Ähm. Das. Ja. Wie gesagt. Das ist eigentlich wäre es mir aufgefallen. Aber jetzt können wir natürlich dementsprechend hier das schon mal vorbereiten. Jetzt wissen wir mal wie das Teil hier funktioniert. Jetzt werden wir das hier so machen, dass das dann alles soweit läuft und passt. So. Lass das alles auswählen. Aber wie gesagt. Normalerweise hätte ich es nicht neu geladen. Aber in dem Fall. Sorry Leute. Das geht nicht anders. Hm. So. Das Ding ist erstellt. Dann bitte hier das kein Dach entfernen. Ähm. rausnehmen. Und hier werden wir das Ding umstellen auf normal. Jawohl. Das passt. Okay. Gut. Können wir... Sarah mal sagen, dass ihr das transportieren sollt. Äh. So. So. Das war das halt schon mal dort in der Nähe haben. Okay. Das Ding braucht halt übelst lange, bis es wieder neu geladen ist oder so. Wie auch immer. Oh. 69 von 70. Aber das ist doch jetzt überdacht. Das dürfte doch kein Problem darstellen. Oder müssen wir es hier reinlegen. Das können wir notfalls auch dort reinlegen. Also mir ist das egal. Hm. Sind die anderen auch schon angeschlagen? Lass mal gucken. 70 von 70. Es kann auch sein, dass, ähm, als wir die geliefert bekommen haben, dass das halt draußen lag. Forschung abgeschlossen. Hydrokulturen. So. Verbesserte Gliedmaßen nehmen wir auf jeden Fall. Ja. Okay. So passt das. Wir müssen uns mal beaugenbehalten, ob sich das hier abbaut. Falls ja, dann müssen wir es halt nach drinnen verlegen. So. Belagerung. Oje. Gut. Das ist halt die Alternative, die wir gerade aufgedrückt bekommen. Aber das macht nichts. Dann können wir das jetzt trotzdem testen. Gleich mit dem Ateliergeschoss. Und, ähm, wo haben wir ihn denn? Ihn. Genau. Du wirst bitte das Ding hier bemannen. Und hast dann hier auch die Möglichkeit, das dann direkt vor Ort zu, ähm, bestücken. So, lass mal gucken. Ihr seid dort hinten. Ihr fangt an zu bauen. Wunderbar. Dann setzen wir mal. Dann setzen wir mal direkt hier drauf. Den Angriff. Ich hoffe, der trifft dann aber auch. Und ich überlege, ob wir Wendy schon mal losschicken. Ich glaube, die Belagung ist jetzt fast schlimmer als, ähm, der Angriff. Oh. Beobachten. Nein. Voll daneben. Aber wenn's Treffen würde, dann würde's ganz schön Aua machen. So, äh, Wendy. Hm, hm, hm. Es sind halt sehr viele. Und ihr habt auch keine schlechten Waffen im Endeffekt. Hm, ach Mist. Hm, ich überlege, ob wir hier versuchen, die Munition zu treffen. Und dass er dann dabei vielleicht auch dann zufällig mal das trifft oder so. Wenn wir ihm das nicht direkt als Ziel geben. Ich glaube, wir bräuchten noch mehr solche Teile. Äh, ha, 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 ha. Los, komm, schieß. Geschoss geladen? Ja, mach doch. Du darfst auch schießen. Also muss ich dir jetzt jedes Mal einen Auftrag geben oder wat? Was soll das denn? So, da kommt's angeflogen. Oh, und da haben wir, glaube ich, einen schon mal getroffen. Die Munition ist zum Teil getroffen. Na, wunderbar. Das geht ja schon mal. Dann haben die nur noch 16 Munitionen hier. Das heißt, die haben 16 Schuss im Endeffekt noch. Ähm, okay. Wir brauchen mehr solche Teile. Definitiv. Da müssen wir noch irgendwo eins hinklatschen. Ich würde ja fast sagen, dass wir dann hier noch vielleicht so zwei, drei Batterien hinbauen. Dann mal, können wir das nicht mal schon mal in Auftrag geben? Mörser. Genau. Lass dich mal umdrehen. Dass wir hier einsetzen und vielleicht direkt daneben auch nochmal einsetzen. Dann können wir hier nämlich noch eine Lagerzone mit hinbauen. Und werden hier nochmal Wände reinzimmern und so weiter und so fort, dass die auch ein bisschen geschützt sind natürlich. So, da fliegt das nächste Geschoss. Okay, jetzt hat er automatisch geschossen auf jeden Fall. So, lass gucken. Bitte treffe, bitte treffe. Ne, wahrscheinlich hat er ja den Berg irgendwie getroffen, wie auch immer. Ein ganz großes Kino. Aber noch scheinen sie nicht zu schießen. Also es scheint noch zu gehen. So. Ich überlege, ob ich nochmal hier Angriff erzwingen mache. Bitte darauf. Unbedingt darauf. So, Zeit schneller laufen lassen. Wir gucken mal. So, schieß bitte. Jupp, okay. Dann lass gucken, wo du lang fliegst. Schade, dass man die durch die Berge nicht sieht. Die haben auch geschossen. Da fliegt was. Nein. Das ist ein Brandgeschoss, glaube ich. Scheiße. Äh, ich will beides beobachten. Ich will gucken, ob wir treffen. Ich muss gucken, ob wir getroffen werden. Naja, voll daneben. Natürlich. So, ähm. Ich seh's nicht. Nein. Scheiße. Ganz schnell. Okay, aber das macht gar nicht so viel Damage von dem. Das geht ja noch. Und irgendwo wurden wir, glaube ich, nochmal getroffen. Ja, weiß ich nicht. Okay, ähm. Das passt. Könnt ihr das bitte priorisieren? Dass ihr erstmal eins der beiden Teile fertigstellt. Ja. Macht das bitte zuerst, Sarah. Das ist wichtiger. Ja. Okay. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Okay. Eieieiei. Interessant. So. Das Ding ist gleich wieder geladen. Die Frage ist, oder was mich jetzt wirklich beschäftigt, wenn die jetzt ins Haus treffen und da steht gerade einer von uns, ob das dann nicht gefährlich sein könnte. Dass die ja nicht auch mit, ähm, einmal dann tot sind einfach. Ja. Wir haben sie getroffen, allerdings noch nicht so stark scheiße. Und das werden die jetzt bestimmt reparieren, oder? Auf jeden Fall haben die wieder einen Schuss abgegeben. Das gucken, wo der ankommt. Da. Sieht man ganz schwach. Nein. Okay. Das geht noch. Hier drinnen, wenn es dort brennt, ist es halb so schlimm. Mich würde mal interessieren, ob die Leitungen jetzt davon betroffen sind. Hier, die Leitungen sind noch alle da. Okay, das passt. Gut. Ähm. Wo ist Sarah? Machst du, baust du das, was du bauen sollst? Ne, löscht Feuer. Du sollst das bauen. Feuer kann jemand anderes löschen. Das ist viel, viel wichtiger hier. Feuer. Schon wieder. Scheiße. Nein. Da haben wir keinen Zugang. Ernsthaft? Äh, 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 äh. Äh, abreißen. Warte mal. Wer ist hier in der Nähe? Wer kann das besonders schnell machen? Johnny. Bitte Wand abreißen. Ganz schnell. Scheiße. Alter. Ja, ich weiß. Johnny, mach schnell. Nein. Unsere Stromversorgung. Das war's. Hm. Okay, abtransportieren. Mist. Ja, verrücktes Tier kommt auch noch. Da kommt schon wieder ein Geschoss. Okay, das trifft aber mitten in den Wald. Wie sieht's hier von unserer Seite aus? Ach, guck mal, die pennen gerade. Ähm, seid ihr am Reparieren der Teile? Nein, nicht wirklich. So, wie weit ist Sarah mit, äh, dem Ding? 204. Sarah, wo steckst du? Ich wünschte, wenn man den Kolonisten sagt, bevorzuge das. Dass die das dann so lange bevorzugen, bis es nicht mehr weitergeht. Bis sie keine andere Wahl mehr haben. So. Sarah. Natürlich trägst du Granitblöcke dorthin. Wie wär's, wenn du hier deinen Job mal weitermachst? Ja. Ich hoffe, hier stirbt keiner bei uns. So. Okay, jetzt baut sie das Ding fertig. Wunderbar. Gut. Dann müssen wir dafür sorgen, dass wir natürlich das Ding dann auch gleich bemannen. Und wir brauchen auf jeden Fall eine kleine Lagerzone dort, ähm, die dort ebenfalls bestückt werden kann. Befehle, ne, Zone, und zwar Lagerzone. Da machen wir hier zwei Felder auf jeden Fall. Und die werden wir dann, warte mal, das kriegen wir doch viel leichter hin. Lass mal hier die Lagerzone auswählen. Ne, das ist Ian. Die Lagerzone hätte ich gern, genau. Und zwar Einstellung kopieren. Jawohl. Und hier bitte Einstellung einfügen. Wunderbar. Gut. Haben wir hier jemand gerade frei? John, kannst du bitte das priorisieren? Wunderbar. Hawkins, kannst du dich bitte, Charakter, ja, schießen, Elf. Okay. Du tust das bitte bemannen. Okay. So. Verrücktes Tier. Furchtbare Laune. Ian. Ja, weil er jetzt dort nicht weg darf. Oder kann. Wie auch immer. Oh. Sie greifen an? Ernsthaft? Okay. Hier brennt es aus was... Oh. Haben wir daneben... Können wir so weit daneben geschossen haben? Haben wir den... Ich hoffe nicht, dass wir die getroffen haben. Erschöpfung. Ja, ähm, Ian, du darfst aufhören. Mach, was du möchtest. Genau. Verzert einfach Mahlzeit. Das ist in Ordnung. So. Ihr seid am Schießen. Vielleicht trefft man die auch direkt nochmal. Okay. Also ein bisschen was haben sie auf jeden Fall abbekommen. Körper. Alt. Nein. Körper. Lass gucken. Explosionen. Großer Zeh links zerrissen. Okay. Bei dir rechte Hand zerrissen. Durch die Explosionen natürlich. Nackenexplosionen. Echt. Okay. Hm. So. Auf jeden Fall sind wir glaube ich jetzt hier relativ gut aufgestellt. Ähm, das Ding müssen wir noch dafür sorgen. Zone, Gebiet. Alt waren wir drin. Dass hier kein Dach entfernt wird. Also sagt, kein Dach erstellen hilft das vielleicht. Wenn wir es jetzt entfernen, dass er dann dort ein Dach hin macht, wäre zumindest schön. Weiß nicht. Weiß nicht. Ist das jetzt hier überdacht? Ne, ist nicht überdacht. Schade. So. Um den kümmern wir uns. Jawohl. Der ist weg. Das passt. Wir müssen das Zeug hier hinten auf jeden Fall zerstören. Das darf hier nicht bleiben. Nicht, dass hier dann die nächsten rankommen. Und das bitte einsammeln. Alles mitnehmen. So. Das bitte auch. Das ist schade, dass das so weit weg liegt. In Besitz nehmen auf jeden Fall. Genau. Und zerstören bitte. Und hier das gleiche. In Besitz nehmen und zerstören. Genau. Und das Ganze werden wir mit den Sachen auch noch machen. So. Ich glaube das geht auch einfacher. Warte mal. Abreißen. Genau. Das war das alles zurückbauen. Weil der kämpft hier noch um sein Leben. Aber gut. Da können wir ihm jetzt auch nicht helfen. Das ist einfach zu weit weg. So. Verrücktes Tier ist unterwegs. Lass gucken. Bist du schon da gewesen? Ja. Du bist schon da gewesen. Komm. Lass es mal erlösen hier. Jawohl. Okay. Gut. Das passt. Dann müssen wir natürlich die ganzen Sachen hier wieder reparieren. Die jetzt Schaden genommen haben. Wir müssen hier die Stromquelle neu hinsetzen. Und jetzt ist mir auch bewusst, dass wir dort vielleicht eine Zugangstür lassen sollten. Und hier wahrscheinlich dann in dem Fall genau dasselbe auch. Können wir das mal hier eine Granittür hinbauen. Genauso wie wir dort eine Granittür hinbauen werden. Da reicht auch eine normale. Die ist ja nur für einen Notfall. Und ansonsten müssen wir hier natürlich das vom Strom wieder mit hinsetzen. Geothermal Kraftwerk. Jawohl. So. Könnt ihr wieder neu bauen. Die Stromleitung. Das passt alles. Guck mal. Können wir da noch was hinbauen? Das ist in Ordnung. Okay. Gut. Ach Leute. Das war jetzt ganz schön viel. Und. Ich denke aber auch mal. Wir haben es für diese Folge schon geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja. Wenn ihr mögt. Nächstes Mal wieder mit einschalten. Und es heißt. Let's play Rimworld. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.